hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute dreht sich einmal alles um diese lippenstift box stanze die gibt es auf aliexpress zu kaufen und was ich damit gemacht habe beziehungsweise die idee die ich damit gesehen habe das zeige ich euch heute einmal in meinem video ja es geht um diese stanze wie gesagt die gibt es bei aliexpress da kann man eine lippenstift box draus machen die dann wenn es fertig gebastelt ist einmal so aussieht das ist jetzt hier eine box die habe ich von maddie in der happy mail gehabt aber so sieht das ganze nachher fertig gebastelt aus man kann das ganze hier einmal einrollen dass man dieses kleine viereck vorne erhält und man kann das ganze auch noch einmal doppelt leeren dass man hier innen drin nochmal den rand anders farbig gestalten kann und diese kleine lippenstift box die hat jemand ganz anders gestaltet und zwar habe ich den post gesehen gehabt in einer facebook gruppe in der ich mitglied bin und zwar ist das wichtel aktion für karten etc pocket letter und memory decks und da war das die liebe sonnenschein und die hat da kleine fläschchen drin aufbewahrt und das habe ich spontan nachgebastet weil ich die idee so toll fand und was ich daraus jetzt kreiert habe das zeige ich euch heute einmal wie gesagt ich habe diese stanze eben einmal genommen habe ein bisschen regenbogen papier genommen und habe einmal so kleine aufbewahrungs ständer gemacht für diese kleinen fläschchen das ist jetzt einmal hier so ein bisschen und geworden ich habe so regenbogen papier genommen und so ein bisschen galaxy wie gesagt habe ich einmal durchgekurbelt hier auf der anderen seite habe ich so ein cupcake papier genommen und diese ganzen kleinen fläschchen die kann man jetzt wie gesagt einmal hier alle hinaus nehmen und dann sieht diese lippenstift verpackung jetzt einmal so aus mit vier löchern ich habe diese vier löcher einmal rein gestanden mit so kleinen blüten haben das sind diese stanzten die habe ich alle vier nebeneinander gelegt und habe das noch mal wo ich das einmal ausgestand hatte hier in das oberste feld noch mal nachträglich noch mal durchgekurbelt dass ich da meine vier löcher hatte und habe das ganze dann eben zusammen geklebt und dadurch dass hier immer so kleine aussparungen sind ist das relativ flexibel und es ist eben halt nicht nur ein rundes loch gestand sondern ein bisschen wenn man mal von oben guckt dass das so ein bisschen spielraum hat und die flasche eben nicht gleich wieder raus hält aber dadurch auch gut drin erhalten wie jetzt sieht man einmal dieses makaron papier hier im hintergrund ich habe hier nur noch eine ganz simple schleife gegen gesetzten kleinen anhänger in lila dazu gemacht mit einer blume weil das papier hier so ein bisschen lila ist und habe noch mal ein kleines banner mit drauf gesetzt und ich hatte noch ein spruch rumliegen sending crafty hacks und jetzt kann man hier einmal diese kleinen fläschchen einmal ganz süß drin aufbewahren ich habe noch überall eine kleine schleife oben dran gemacht dass man das dann nachher besser rausnehmen kann aber das ist so eine kleine idee wie gesagt das habe ich nach gebastelt weil ich diesen post auf facebook gesehen hatte und fand das eine super geniale idee und das musste ich einmal sofort nach basteln das ist einmal die variante ein bisschen wund das ganze habe ich noch mal gemacht und zwar einmal ein bisschen mit sternchen und mit gelb hier habe ich die ganzen siegkünste einmal in blau gewählt habe noch einen großen stern mit ausgestanzt so ein bisschen goldpapier gearbeitet und holographischen papier unten auch noch mal auch wieder ein kleines banner und ein sticker drauf und habe auch dieses galaxy papier genommen und er diesen blau lilanen anteil genommen und hier außen habe ich noch in den stern einen kleinen goldenen anhänger mit reingehangen das ist dann noch die nächste variante ein bisschen dezenter oder ein bisschen poppiger so mit sternchen ich habe noch eine weitere variante gemacht da habe ich jetzt nur drei flaschen reingetan in das ganze und nur dreimal diese kleine blume reingestanzt das sieht dann so aus da habe ich holopapier genommen hier vorne das gab es letztens im action hat er auch noch einen kleinen spruch gehabt hier steht das kleiner gruß noch ein paar steinchen mit drauf geklebt und auch nur noch mal hier eine schleife und anstatt eben einer vierten flasche habe ich hier noch eine blüte mit drauf geklebt habe es noch ein bisschen beglitzert und hier habe ich einfach nur rosa das papier gewählt und hier in drin noch mal so ein bisschen hellblau gelb und rosa so ein muster gehabt und hier habe ich auch überall einmal kleine schleifchen gemacht rosa auf die flasche und habe doch die farben so ein bisschen angepasst dass das immer zu dem ganzen passt ja das sind einmal diese kleinen fläschchen ständer in verschiedenen varianten die ich jetzt einmal nachgebastelt habe so sieht das ganze jetzt aus ich finde das ist total niedlich geworden also eine super idee die sonnenscheine hatte das einmal musste ich sofort nachbasteln das ist vor allen dingen super happy mail idee total cute geworden ja und da wir jetzt bei den ganzen flaschen sind ich habe auch noch mal eine meiner lieblings stanze mit rausgesucht und zwar ist das diese hier die ist ja so riesig damit habe ich schon mal so eine box card gemacht oder auch so kleine büchlein mit im welches mensch die stanze ist ja so ein bisschen größer und diese zwei teile und das ganze ergibt immer eine schublade und die stanze stammt eigentlich aus diesem schränkchen hier was man machen kann das kann man hier so aufklappen und dann sind da diese ganzen schubladen diese elemente und das kann man mit dieser riesen stanze machen diesen kleinen schrank und diese schubladen ich habe diese schubladen auch wieder einmal angefertigt und habe aber was ganz anderes daraus gemacht und zwar habe ich mini embellishment boxen daraus gemacht und die wollte ich euch einmal noch zeigen und zwar habe ich auch einmal diese idee aufgegriffen einfach diese flasche da rein zu setzen so sieht das ganze jetzt aus das ist meine kleine box die ich erst mal gemacht habe ich habe so ein bisschen papier genommen aus diesem einen action block den es letztens gab papier und klein schicker gemacht hatte noch das papier herumliegen mit kreft candy was ich mal gemacht hatte und dann auch noch mal mit dieser folie gemacht hatte dass das so spiegelt kleinen rahmen ein paar sequenz rein dann habe ich noch ein paar blümchen gefunden in so leichten peach ton und rosa und habe jetzt hier einmal diese flasche reingemacht ich nehme das ganze mal auf und habe jetzt hier oben einmal ein loch reingestanzt bevor ich alles zusammen geklebt habe und habe auch noch mal außen drumherum ein ring gemacht und holopapier dass das ganze ein bisschen nett aussieht und habe jetzt hier so eine kleine flasche mit reingetan das ganze ist jetzt einmal in silber hier sind die ganzen kleinen sequenz drin hier oben noch eben eine kleine perle mit drauf getan anhänger reingemacht und hier ein kleines bärchen mit dran gehangen in silber dass das farblich alles zusammenpasst und auch wenn man jetzt erst diese flasche im grunde genommen aus dieser kleinen box hier rausnimmt kann man das ganze öffnen und ich habe ganz kleine embellishment boxen daraus gemacht die haben vorne hier so einen kleinen griff bekommen damit man praktisch anfassen kann und wenn man das ganze jetzt raus zieht sieht das ganze einmal so aus ich habe da noch selber ein bisschen rum gefriemelt und eine einteilung mit papier gemacht und jetzt hat man hier einmal verschiedene perlen drin ein paar pompons und hier habe ich noch reingelegt einen kleinen süßen dengelscharme mit so einem häschen und einen kleinen cabochon und hier unten ist auch noch mal so ein kleiner vinyl hase drin dass es so eine mini embellishment box geworden ist ganz praktisch einmal zum verschenken ebenso als happy mail idee das habe ich mir jetzt noch ausgedacht dass man das einmal wieder mal benutzen könnte diese stanze diese kleine süße mini box wenn man das ganze wieder zuschiebt dann kann man hier oben einmal wieder diese kleine flasche reinmachen und dann steht ihr einmal wieder hinten drin dass das einmal diese kleine süße embellishment box ist ich habe noch mal eine zweite gemacht die ist einmal in blau geworden auch wieder aus diesem action papier aus diesem einen tollen block mit dem ich mich eingedeckt hatte hier habe ich einmal einen kleinen shaker gemacht und ein kleines einhorn mit reingeklebt jetzt sieht man das einmal so ein tütschiger gemacht mit einem kleinen bild noch eine schleife gegen geklebt mit dem stein dann habe ich einmal noch schrift gehabt einmal hacks in so holographischem papier das widerspiegelt so ein bisschen dem papier außen drumherum hier habe ich auch wieder einmal die kleine flasche reingetan hier habe ich einen anderen anhänger mit reingetan und auch die sequenz hier habe ich ein bisschen farblich angepasst dass das einmal zum papier passt und hier oben habe ich noch einen kleinen anhänger mit so einer kleinen biene noch drauf getan und hier auch wieder vorne so einen kleinen griff gegen gemacht diese kleinen süßen mini griffe die habe ich mal bei amazon bestellt die sind jetzt hier leider sehr dunkel ich dachte auch die werden silber aber die sind sehr klein und die kann man dann ebenso zusammenschrauben und einmal überall an so einer kleinen schubladen ran machen das ist so mini knauf schon ganz süß und die habe ich eben für diese kleinen boxen jetzt hier verwendet gehabt das geht ganz einfach macht gar nicht viel mühe und deshalb haben die da vorne so einen süßen kleinen griff dran hier kann man jetzt wieder gesagt erst wieder diese kleine flasche rausnehmen dann kann man das ganze öffnen das sieht dann so aus habe auch wieder so eine kleine einteilung gemacht und bei der box habe ich auch diesen griff einmal nach innen richtig versteckt indem ich die lage erst bei der box dann drüber geklebt habe dass das gar nicht zu sehen ist die gegenschraube von innen und hier habe ich jetzt auch wie gesagt ein paar anhänger mit drin ein paar perlen alles ein bisschen farblich angepasst einen kleinen anhänger den ich gemacht hatte ein paar pompons noch und so ist das eine ganz kleine süße embellishment box geworden und das ganze kann man jetzt einmal wieder hinein tun und erst wenn einmal das alles drin ist dann kommt die kleine flasche wieder rein und dann kann man das ganze einmal sich so hinstellen das waren einmal meine happy mail ideen wie gesagt einmal wieder noch eine andere variante von meiner lieblingsstandsumme diesen boxen ich hatte ja mal diese ganzen kleinen büchlein gemacht da könnt ihr ja mit dem video noch mal gucken das war eins meiner ersten und heute sind es eben kleine embellishment boxen geworden ja das war auch schon mein bastel update heute wollte ich euch einmal zeigen alles wie gesagt diese tolle idee mit diesem kleinen fläschchen in dieser lippenstift box einmal zweckentfremdet also echt coole idee die da jemand hatte dass ich das gleich nach basteln musste und dann war es das heute auch schon gewesen wie gesagt lasst mir gerne kommentar wie ihr das findet und ich sage tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal